Musik 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 Michi, du hast kein Fenster kaputt gemacht, oder? Ja, hab ich Da ist ne Kugel sicher Schock erwischt Ja, ich treffe dann wieder mal Leute Ich nicht Danke Ich bin hier dabei, Mario Ja ok, du bist dran Dann ist ja ok Kavera Wo ist die Jokai drunter? Gute Frage Ah, jetzt bin ich wieder drin Ich brauch erstmal da, wo ich wieder bin Kriegt denn einer? Der sitzt immer noch da, wo markiert ist Ich werde markiert, warte Der war in der Echo Drohne Ja, ich hab's ja noch gekauft Jaja, aber ich war Der hat das nicht mitbekommen Ich bin im Kreuz noch reingelaufen Ja, ich hab den noch markiert, das hat mich gejuckt Ja, ich dachte, wenn du markierst ihn, dann muss er sich doch bewegen Ja Ich hoffe, ey Ich hab vor allem vom Winter durchgeschossen Und Das ist Monty Ja, Monty ist tot Aufpassen Links ist der Dropper, Mario Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach Ok, Maverick ist tot Maverick ist tot Links bei Double Doors ist einer Bei Mario Ok, rechts ist auch noch einer Oh, jetzt rechts Hinter dir, hinter dir, hinter dir Klass, hinter dir Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig Zeitspiel, Zeitspiel, Zeitspiel Er zeigt nichts Zieh rum, Zieh rum, Zieh rum, Zieh rum Ich nicht Hättest... Oh Gott, hast du ein Glück Sehr gut Hast du ein Glück Du hättest sofort rumziehen müssen Hm Ja Boah, ey, aber gut gespielt Man Man Was ist das Ich glaube, Drittel ist nach draußen Drittel springt rein Keiner drin Keiner drin Ich würde erstmal auf links achten Links, 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 links Mal Äh Michi Ich bringe einen Er schießt durch die Wand Der liegt Links Rechts Nochmal Pistil, Pistil Pistil Aber Michi Das war richtig gut Das war richtig gut, Michi Das war richtig gut gespielt, Michi Das war richtig gut 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 Ich werde noch rein Wer ist unten? Ich bleib dafür Wo unten? Unten Da war ein Baustelle War die Fällst du sie uns fern? Ich versuche es Ich versuche es Dull Ich bin einfach auf sie zugegangen Sie hat nichts gesehen Sie hat LoL Hast du sie gekillt? Ja klar Chris hältst du meine Drohne? Ich muss wissen ob da gleich einer rumpiekt Ja worauf sollte ich das halten Wenn ich noch grad Achso äh sorry Äh ich hab die Fretzer wechselt Ficken Boah Ich hab sie hier getötet Aber Aua Nur noch 2 AP Mist Mist Boah Wieso könnte der Frost das hier nicht wieder AP Ja äh Chris Frost kann jetzt Durch das äh Rotation Wall Auf Balcony kommen Ja schreckt Eco Drohne Ja Ich sag dir beschadigen hinter dir was rein kommt Ich kann nicht wirklich was machen ich hab nur 2 AP Ich hab nur 2 AP Und wenn ihr einfach 8 AP Eine äh Corona zerstört Obst es 2 tun Ich war die ganze Zeit drin, ich war die ganze Zeit drin, da stand auch die ganze Zeit Das sah ohne Scheiß so aus, als wenn du erst noch vor der Wand stehen würdest bei mir Ich war die ganze Zeit im Bett, ich wurde zweimal von der scheiß Ecke drunter abgeknallt Weißt du, erstmal greift mich Kaffee hier ran, kannst du mal grad die Drohne gehen? Ich denk so, was? Ich bin grad ein bisschen abgelenkt Ja, du bist zwar drin, aber geh bitte rein Machst du auch mal irgendwas? Ich denk Nicht einfach blöd in der Ecke rumstehen Mobbing, einfach nur Mobbing Ich mach noch einen Konter zu Maverick ist jetzt 25 Wo war der Maverick? Ne, ne, soll ich so machen Wo war der Maverick? Nein Nein, 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 scheiße Veraimt Ich lass mal rechts offen Ich hätte einen Headshot landen können Ehh Ich Okay Zwischen den Gegnern will schon helft, dass ich Kills mache Uhuhuhu Da sind zwei Leute auf dem Balkon vor mir Ich krieg so geile Chancen und verkack sie alle man kann so ein Ame bekommen, habe ich das Gefühl Kann einer das CCTV pushen? und vielleicht, also flanken? Maverick? Hä? Ah, geil! Ich brauche dringend Hilfe! Maverick piekt durch das Loch und Blackbeard aint die Tür ab Oh fuck, ich hab's verkackt Sieg ihr vorhin? Ja, ich versuch zu dir Jetzt pieken die beiden in Richtung nicht schief Ich treffe nicht Vorsicht, im Film der Kolos Ja, der hat 25 AP, ja So, die letzten beiden sind vor A Achtung, der Grin piekt in der Tür Einer, einer Äh, rechts in der Brickloch Ich brauchte ein bisschen in der Runde Die ersten Mal waren echt hässlich, aber... Dann war's schön Leute, sind wir mal links gelaufen? Wir haben noch 2 Minuten Die Zeit haben wir noch, aber... Ich hab gedronet, dann kam der Bandit um die Ecke Das war... Äh... Ding... Alles Das war ein Dach Das war ein Dach Was hast du gemacht? Hä, Läubig sind da lieb Hahaha Sie sind bei mir Monty! Dann, dann back up Ich hab sie hier Ach so, ich hab eben smoke Ich weiß nicht Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht Lass sie kommen Wir müssen uns noch ein bisschen weiter unten verteilen Und vielleicht noch weiter unten verteilen Ja, normalerweise mach ich da unten Nehmen wir mal das Notation ändern Ab Ist da auch was für dich? Ich sehe nix, nein Okay, deck mich Drohne, die... Komm jetzt, verpricht Pfff Ersch ist oben Mach mal die Hürse, Mario, wenn's noch geht Ja, ersch ist oben, eben Nein, es auch noch im Server sind Du kannst, du kannst zurückkommen, wenn du willst Du kannst zurückkommen, wenn du willst Nein Also die Ashes beim nicht verstärkten Dropper Die gehen hoch, glaube ich, in den Lines von der Server und Monty Server Von Garage kommt ne Drohne Server ist IQ Ja, lass sie da Michi Du siehst mich jetzt Ja Lass uns zurückkommen Nein Doch, jetzt Ich störe Jetzt kannst du mal die Garagencam übernehmen Mit deinem E-View Ja Ich glaube im Treppenhaus hier Ja IQ, 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 IQ Biss Von? Treppenhaus, Ash Vier Geist Kür ist immer noch da Hinterm Eiswagen Oh da weiß ich mal das Einer ist Injilt die verbindungslänge ist auch noch offen von den treppen her haben wir jetzt den vier näher bin ich da waren noch mal schritte hier ist immer noch garagen wahrscheinlich die breiten 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 die ist bei der tür er slow es gab rechts also wieder zurückgerannt ist an der Geh mal nochmal nach der Tür. Du kannst pre-filen. Schön. G-G. G-G. G-J. Mäh. HP. NAMP die Tür, glaube ich. Was fand die Tür aus? Wuh! Ich wäre fast runtergefallen. Habt ihr den Dropper oben offen? Ja. Da hätten wir noch einen. Hier ist der Smoke. Wunderbar. Dofi, warte, ich bin unter dir. Seid mal Mario? Ja. Ich brauch dich gleich. Ja, ich muss nur Dofi sagen, ob er hier rein kann oder nicht. Ja, kannst rein. Ja, kannst rein. Ja, kannst rein. Ah, jetzt schockt da einer. Stalk ist tot. Ok, Jami, wo brauchst du mich? Nein, nix. Ich bin verletzt. Pass auf, der wird rausgerufen, was mir geht. In einem Raum. Wo im Raum? Spare ist vor Mario. Jeder guckt auf ein Fenster jetzt. Ich weiß nicht, ob du mich holst. Wie ist ein Spot? Spauk ist in der, äh, im Bad. Hol mich, hol mich, hol mich. Kann ich? Der ist in der Brüste. Michi, gib mir Deckung. Warte, ich, ich geb dir Deckung. Warte, ich schieße jetzt, wenn einer raus spielt. Ah. Ah, läuft. Danke, einfach liegen lassen. Aber ich konnte dich ja nicht. Ich hab dich gar nicht hochgehoben. Hiesig, einfach liegen lassen. Überlegen. Was ist denn da für'n Sprung jetzt macht? Wuuuuh. Woog? Ist da mehr einer drin, ja. Ne, oder? Hä? Und wo? Ist gerade reingepusht, Gecher. Na toll. Ich bin nicht direkt vor dir. Ich bin schön. Krass, tot. Adi, wie könnte das unter sein, wenn du noch schläfst? Ja. Gibt's doch nicht. Ich bin hier in Bombedingens. Adi, wie direkt am Diffuser. Links. Chris, links. Ist ja ganz irgendein Diffuser mit Feuer fallen. Danke. Wir haben noch Zeit. Riesen kommt hier hinten. Was heißt hier hinten? Wo, wo, wo? Markiert das, markiert. Trommel, es springt runter, springt runter. Hier hinten die andere Treppe. Patten und Claymore. Chris. Hol dich. Ich werd ganz fett. Riesen gemacht. Rumpel. Er ist, ähm, Gecher. Ja, Mann. Michi, Mensch. Ne, alles gut. Hab ich dir schon was geklaut? Ich glaub, du hast mir sogar das Wies geklaut. Ich glaub, ich hab grad einen Fork hier hingelegt. Keine Ahnung. Boah. Na ja, Hauptsache wir haben gewonnen. Ja. Das ist ne Pistole? Ja. Die geht zum Topp. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen so. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zau. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Grenze. Die Stänze mit der Grenze auf den anderen Seite. Die Stänze mit der Grenze auf den anderen Seite. Mensch, wald ich dir doch ja. Die Stänze mit der Grenze auf den anderen Seite. Oh, mein Gott! Ah!